Drei, zwei, eins, und los! Pop, 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 pop! Ja, bleib dran! Du musst es unter die besten Zehen schaffen, dann kommst du im Herbst in den Kader. Olympiasiegerin, WM-Titel, kannst du alles schaffen. Wechsel! Ich kann noch! Du bist einfach noch zu jung. Wir hätten dich nicht so früh aufnehmen dürfen. Wir machen jetzt erstmal richtig Ferien. Es wird dir sicher gefallen. Grüß dich. Hallo. Ey, pass doch auf! Das ist ein Carbon-Rahmen. Carbon-Rahmen? Du darfst noch nicht fahren! Ich muss trainieren! Du musst gar nicht, es geht um deine Gesundheit. Grüß dich. Ich bin die Vicky. Madison. Magst du mir den Bikepark? Okay. Ja, aber doch mit dem da. Du musst laufen lassen und da einfach vertrauen. Juhu! Juhu! Es geht doch! Hey! Du warst einfach nur zu sauber. Gipfelübernachtung! Also, ganz oben. Habt Tschüss oder was? Sicher nicht! Ich suche übrigens nur Partnerin für die Radelschnittswerke. Ich fahr mit ihr. Du weißt, wenn du dich verletzt, dann wackeln es umsonst. Willst du dann zurück ins Camp? Oder machst du es nur Papa zuliebe? Ihr habt doch gegen die Erwachsene überhaupt keine Chance. Es geht darum, dass man seine Freundin nicht im Stich lässt. Go! Juhu! 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 Das war der Wahnsinn! Juhu! 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 Juhu!